Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit FIFA 15, unserer Spielerkarriere, mit dem Max Mustermann. Wir haben mittlerweile eine Stärke von 72, was ich denke ich ganz gut sehen lassen kann. Heute geht's gegen den SV Grüdig, wir stehen in der Startformation. Schauen wir nochmal ganz kurz in die Tabelle. Wir sind aktuell auf Platz 2 und befinden uns am 24. Spieltag, haben 44 Punkte und retten Salzburg für die Tabelle mit 55 Punkten an. Wie sieht denn unser Spielplan eigentlich so aus? Okay, wir gehen jetzt gegen den SV Grüdig, danach gegen SCR Alltag, dann gegen SK Sturm Graz und dann gegen die Wolfsberger AC. Okay, wir befinden uns im März 2015, das heißt so lange dürfte die Saison gar nicht mehr gehen. Genau, 24. Spieltag, ich weiß gar nicht wie viel wir haben, 36, 38, irgendwie sowas. Dann würde ich sagen, labern wir nicht lang rum und fangen gleich mal an mit dem Spielen. Wir stehen auf unserer gewohnten Position im offensiven Mittelfeld. Das mache ich mal weg. Und dann geht's auch schon los. SV Grüdig gegen SK Rapid Wien im Europark. Ich habe jetzt eine ganze Zeit nicht gespielt, muss ich sagen, irgendwie eine Woche oder so. Ich hatte ganz gut was vorproduziert. Und ja, FIFA gibt's jetzt auch nur noch jeden zweiten Tag, habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt. Immer im Wechsel mit Prison Architect. Und ja, dem her muss ich auch gar nicht mehr so viel aufnehmen. Aktuell. Und muss mich jetzt erstmal wieder reinfinden. Ich hoffe, das erste Spiel hier wird nicht eine komplette Katastrophe. Haben wir den Ball verloren. Müssen wir jetzt wieder nach hinten spielen. Na, kriegt er den Kopfball? Ne, hat er verloren, leider. Schlecht angefordert. Vielleicht kriege ich ihn nochmal zurück. Ja. Ich gebe ihn mal zurück. So hofft man am Ball. Kann er was draus machen. Wir suchen ein Einzelduell. Oh ja, das ging ganz gut. Na, mit Kopf vielleicht nochmal. Ne. Ich glaube, da war der Abwehrspieler am Ball. Wieder zurücklaufen. Oh ja, da haben wir gut den Ball gewonnen. Das war kein Foul, oder was? Hm. Komisch, komisch. Die letzten Partien liefen ja eigentlich ganz gut, wenn ich mich so recht erinnere. Wir haben ganz, ganz, ganz gute Spiele gemacht eigentlich. Und ich finde auch, dass der Spieler sich auch mittlerweile schon ganz gut spielt eigentlich. Da er ja auch schon ein bisschen stärker geworden ist, ein paar mehr Dribbelpunkte und sowas gekriegt hat. Und auch, ähm, körperlich ziemlich stark wirkt. Na, Planke vielleicht. Das ist zu lang. Na, hier macht das schon ziemlich Spaß, muss ich sagen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so in der stärksten Liga, ne. Darf man auch nicht vergessen. Zieh mal ab. Aber wahrscheinlich schlechter Winkel, ja. Da klatscht das Publikum. Ja. Die Holung tucke ich mal weg. 18. Minute, 0-0 noch. Hm. Müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Der Torwart lässt sich Zeit. Wir stehen viel zu weit vorne. Da meckert unser Trainer nachher wieder wegen schlechten Stellungsspielen. Den gebe ich mal nach vorne durch. Kommen die mal nochmal zurück. Ah, der hat irgendwie schlecht mitgenommen. Die Spieler müssen zustellen. Ah, den habe ich weggerammelt. Weckewecke dringend. Sozusagen. Okay, jetzt müssen unsere Abwehrleute mal ran. Ich bleibe hier ein bisschen weiter vorne stehen. Ja, die machen das nicht schlecht. Halten den Ball gut. Jetzt kommt er zum Torschuss. Oh, gut gehalten von unserem Keeper. Hat er den Rückstand verhindern können. Den gebe ich nach vorne durch. Petzos am Ball. Jetzt Beric. Komm, gib mal ab. Ja, genau. War ich auf dem Flügel aus, gebe ich vielleicht nochmal nach hinten. Wollte ich ihn abgeben. Nach hinten wohlgemerkt. Ähm, ja. Das war dann ein Fehlpass per excellence. Ja, den hat er schön gewonnen. Da kann ich gerade nichts mit anfangen. Ich muss auch mal ein bisschen mehr auf meine Kraft achten, dass ich am Ende des Spiels mal mehr noch ein bisschen mehr Power habe, um Offensivaktionen machen zu können. Das, ähm, vernachlässige ich ganz gerne mal. Immer noch der Gegner am Ball. Das ist vorgrüdig. Jetzt haben wir ihn. Hat ihn leicht vertändelt. Jetzt wird er ausgeschlagen. Schumpelsberger. Ja. 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 So gebe ich ihn mal nach vorne durch. Schön, schöner Spielzug gerade. Die Flanke. Ja, war ich zu weit nach vorne, glaube ich schon. Noch mal her. Und die Seite wechseln vielleicht. Ich habe den Pezzos angeschossen. Den Flügel. Was ist jetzt? Abseits oder was? Ach ne, komm. Ach komm schon. Boah, den habe ich schlecht angefordert. Lass mal mies jetzt zurückarbeiten. Okay, da haben wir ihn wieder. Ich bin gerade am Boden. Ich muss den Beretschießen ein bisschen unterstützen. Oh ja, da hat er den schön ausgetanzt. Ich habe ihn wieder verwallert, ja. Das ist nix gut, nix gut. Ist jetzt Halbzeit. Halbzeitstand 0 zu 0. SV Grönig gegen Rapid Wien. So wo ist denn Salzburg? Salzburg führt mal wieder 1 zu 0. An die werden wir nicht mehr rankommen, denke ich. Keine Chance mehr. Kommt, gib ab da. Schade eigentlich, dass er den nicht verwerten konnte. Jetzt hätten wir da vielleicht mal eine Chance rausspielen können. Zurück ich mal drauf jetzt. Ja, den habe ich gekriegt. Ach, kriegt er den? Viel besser häufen sich. Habe ich das Gefühl. Aber so ist das halt manchmal. Jetzt mal abziehen. Nee. Stand der Torwart goldrichtig und hat den Ball rausfischen können. Ich habe es weg. Ich stand schon wieder viel zu weit am Flügel. Das hat mich wieder Kraft gekostet. Das darf ich nicht machen, so was. Der war im Tor aus. Abstoß. Gegner wechseln, so wie es aussieht. Wir wechseln ebenfalls. So hofft man am Ball. Jetzt vielleicht mal eine Chance generieren. Ne, jetzt haben wir den Ball wieder verloren. Na, das wird wohl... Das sieht wohl nach dem 0-0 aus hier. Eigentlich unnötig. Ich hasse das auch, wenn die so die ganze Zeit da in der eigenen Hälfte rumdribbeln. Ey, das ist total... Ach, nervig. Da kommt man einfach nicht mehr im Ball besitzen. Zumindest nicht, wenn man nur einen Spieler steuern kann. Jetzt habe ich mich wieder festgelaufen. Hätte ich vielleicht mal abgeben sollen. Ich glaube, unten stand Hoffmann frei. Brauer am Ball. Wieder das Getänzeln hier. Jetzt reicht es mir aber. Jetzt gehen sie auf den Flügel. Jordi, oh, das war mein Mann. Was ist jetzt? Elfmeter oder was? Oh, ne, komm. Na, gibt es nochmal die Wiederholung? Mich immer interessieren. Na, da hat er ihn umgerannt. Okay. Na, dann bleibst du doch nicht beim 0-0, sondern wird sogar noch ein 1-0. Für die PSV grüdig. So, wie es aussieht. Das sei denn unser Keeper. Noch ist ja noch nichts verloren hier. Das ganze Druck lastet auf den Schultern unseres Torwarts. Und? Oh, der Schützer hat verhauen. Das mache ich ihn aber nicht noch im Nachgang rein. Das war super. So bleiben wir im Spiel. Nochmal die Ecke. Oh, hier nochmal Freistoß. Gefährliche Position. Jordi schießt. Wo stehen wir denn? Wir stehen irgendwie so weit hinten. Boom. Schiri pfeift an und... Oh, mit Trick hier. Was das jetzt gebracht hat? Keine Ahnung. Erstmal nicht. Respekt am Ball. Kriegt er die Flanke geschlagen. Ich hoffe, unsere Verteidiger machen da was gegen. Er kommt die Flanke durch. Okay, jetzt nach vorne nochmal. Letzter Spielzug wahrscheinlich. Und was war das? Okay, das war ein Foul. Und wir werden ausgewechselt. Damit ist die Partie für uns zu Ende. Rapid Wien gegen SV Grönig. Haben die noch 3-0 gewonnen oder was? Jetzt, wo wir raus sind. Schauen wir mal. Ja, Tatsache. Das Spiel haben wir noch gewonnen. Drei Tore noch. Wer hatten die geschossen? Sieht man das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hier in den News. Ne, steht leider nicht, wer die Tore geschossen hat. Ah ja. Was soll's, was soll's. Haben wir wenigstens... ...wenigstens trotzdem noch gewonnen. Im nächsten Spiel geht's dann gegen die Alltag. Du wirst in der heutigen Mannschaft nicht berücksichtigt. Naja gut, wir wurden ausgewechselt. Haben ein schlechtes Spiel gemacht. Werden hier nicht berücksichtigt. Schauen wir mal an, was hier noch so passiert in dem nächsten Spiel. Ah ja, man sieht's. Er spielt wieder ohne offensiven Mittelfeldspieler. Daran wird's liegen. Allah hat gleich in der ersten Minute das Tor. Das ist ja großartig. Gelbe Karte. Oh, noch zwei Dinger. Eins von Allah und eins von Alltag. Zwei gelbe Karten für Alltag mittlerweile. Und da wechselt unser Trainer Petzos ein. Gab's da noch ein Torgrad? Ja. Schrammel. Schrammel noch ein Tor. Kruzurek noch ein Tor. Ja. Scheint ein gutes Spiel gewesen zu sein. 4 zu 2. Schon viele Tore. Ähm. Ja, aber wir haben uns hinten halt auch wieder Dinger gefangen, ne? Ist halt auch nicht so gut, aber... Willst du machen? Da passiert halt Bestleistung von Allah. Allah hat im letzten... Äh... Allah hat in letzter Zeit eine großartige Leistung bei Eskarabit Wien gezeigt. Er hat sich zum Führungsspieler entwickelt. Und der Verein und die Fans hoffen, dass er dieses Niveau auch im weiteren Verlauf der Saison halten kann. Ja, hoffen wir das mal. Hoffen wir das mal. Was sagt die Tabelle? Nach dem Spiel. Ähm. Acht Punkte noch. Quasi Rückstand auf Salzburg. Und 5 Punkte haben wir Puffer nach hinten. Aber Salzburg hat auch noch nicht gespielt. Wie ich gerade gesehen habe. Okay, simulieren wir mal weiter. Als nächstes geht's dann gegen Stumm Graz. Und heute dürfen wir auch mal wieder spielen. Stehen wir wieder in der Startformation. Das Spiel gibt's dann in der nächsten Partie. Äh, in der nächsten Folge meine ich. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.